Hallo, liebe Fußballfreaks, und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Elustren-Runde von Matzes Podcast. Ja, es ist ein Podcast und trotzdem sage ich Eluster, denn, naja, ich weiß, dass wir uns eigentlich, meines Erachtens nach, viel lieber in einem Video sehen würden. Aber, es geht mir schon wirklich um einiges besser und ich bin wirklich zuversichtlich, dass es am Sonntag mit dem Stream gut hinhauen wird. Denn, ich, ja, beschreibe es jetzt einfach mal so, der Splitt in meinen Augen ist zu Kies geworden und jetzt ist er, äh, Sand. Ähm, es ist wirklich noch immer äußerst unangenehm. Ich kann auch immer nicht lange am PC arbeiten, weil hell. Und auch ansonsten ist es noch ziemlich unangenehm, aber es ist auf jeden Fall schon um 100.000% besser als, äh, ich sag mal, keine Ahnung, letzte Woche oder sowas. Da, da war ich wirklich kurz vorm Verzweifeln. Aber, ja, ich bin zuversichtlich, dass das Ganze jetzt wird. Insbesondere ist es mir natürlich wichtig, dass ich heute in einer Woche fit bin, damit ich mit ganz vielen wundervollen Menschen auf Teneriffa in meinen Urlaub fliegen kann. Und ich möchte mich an dieser Stelle von ganzem Herzen bei jedem Einzelnen bedanken, der mir über Kommentare, über PNs, DMs oder, äh, E-Mails oder sonst irgendwelchen Wegen gute Besserung gewünscht hat. Ich hab mich über jede einzelne Nachricht, über jedes einzelne Liebewort sehr gefreut und ich bin da wirklich total happy drüber gewesen. Also, ihr habt dazu beigetragen, dass ich so schnell wieder fit war, bin, werde, wie auch immer. Problem ist leider nach wie vor, ich bin infektiös. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Deswegen, ja, ist immer noch nicht irgendwie in Menschenmassen unterwegs sein. So mein Hobby, aber auch das wird zurückkommen. Ich bleibe optimistisch. So, aber jetzt hab ich genug geredet. Kommen wir ans Eingemachte, denn es ist ja doch einiges geschehen, über das ich gerne mit euch sprechen möchte. Es hat ja leider nicht geklappt, dass Bella irgendwie ein Nachwort spricht, aber an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz, ganz vielen herzlichen Dank an meine wundervolle Frau, die das so toll gemacht hat mit dem Video vom Spiel, also vom Test gegen 1860 München. Es war eine lange Arbeit, aber im Kollektiv haben wir das wirklich hervorragend gelöst, glaube ich zumindest. Und ich hab mich auch da über jedes Kommentar sehr gefreut, dass ihr Bella so lobend erwähnt habt, denn sie hat es echt top gemacht. Müssen wir an dieser Stelle auch nochmal sagen. Und nicht vergessen, Bella ist die Beste. Hashtag B-I-B. So, jetzt aber wirklich kommen wir zu dem, um was es jetzt eigentlich gehen sollte. Und zwar die Geschehnisse in der jüngsten Vergangenheit, rund um meinen ersten FC Kaiserslautern. Und da haben wir zunächst einen Neuzugang zu verbuchen. Vom 1. FC Nürnberg kam Jan Görmeera. Mit über 170 Zweitligaspielen auf der Uhr, darunter nicht nur für, wie eben erwähnt, den Klub, sondern auch für den HSV, haben wir uns da wirklich einen äußerst stabilen Defensivmann in die Pfalz geholt. Und obwohl er gerade mit Rückenproblemen zu kämpfen hat und deswegen eben bei den Nürnbergern die Vorbereitung nicht komplett durchziehen konnte, bin ich mir absolut sicher, dass der 29-Jährige sich sehr schnell in die Reihen der Roten Teufel einfinden wird und unserer Mannschaft im hinteren Feld ordentliche Verstärkung bringen wird. Alles Gute und ganz viel Erfolg im Jersey des 1. FC Kaiserslautern. Als nächstes haben wir einen etwas größeren Umbruch in der Mannschaft und da rede ich nicht von Neuzugängen oder Abgängen, sondern um die, ich sag mal, Struktur. Denn Jean Zimmer trägt nicht mehr die Kapitänsbinde des 1. FC K. Eine Sache, wo mich doch etwas verwundert hat, aber ich hatte ja Zeit, über das eine oder andere länger nachzudenken und da bin ich jetzt einfach mal sehr gespannt, wie eure Gedanken diesbezüglich sind. Also, Zimmer kam damals, als wir abstiegsgefährdeter Drittligist waren, um den FCK mit seinem Können, seiner Leidenschaft und seiner Hingabe für seinen Herzensverein zu unterstützen. Dies hat er so extrem getan, dass wir jetzt eben an dem Punkt sind, wo wir stehen. Eben zweite Liga und das, was wir letzte Saison erreicht haben. Gehen wir einfach vom tabellarischen Ende der Spielzeit aus und natürlich auch das Finale erreicht und so weiter. Es war also wirklich viel, was da in den letzten Jahren geschehen ist. Und er kam in dieser Zeit und trug die ganze Zeit die Verantwortung der Kapitänsbinde. Gleichzeitig war er aber auch ein Spieler, welcher immer und eigentlich meines Erachtens nach oftmals auch unfairerweise in der Kritik stand. Er hat immer und dauerhaft sein Herz auf den Platz gelassen. Er hat seine Lunge rausgekotzt, weil er immer für die Mannschaft und für die Roten Teufel so gekämpft hat, dass diese eben nach vorne kommen. Andererseits gab es eben aber auch spielerische Problematiken, die an der Technik und so weiter festzumachen sind. Und ja, oftmals hatte ich den Eindruck, dass die Kapitänsbinde mehr Last und Bürde für ihn waren, als tatsächlich das, was es sein sollte. Und ich wünsche ihm natürlich, dass er weiterhin, wie er auch Markus Anfang sagte, eine wichtige Rolle in der Mannschaft spielt und auch ein sehr wichtiger Ansprechpartner sein wird. Aber ja, ich kann die Entscheidung tatsächlich nachvollziehen, denn, und das dürfen wir nicht vergessen, das habe ich im letzten Podcast, war es glaube ich, angesprochen, dass es ja jetzt die Regeländerung gibt, dass eben nur noch der Mannschaftskapitän mit dem Unparteiischen auf dem Feld sprechen darf. Unser neuer Kapitän, Marlon Ritter, hat eben in der Vergangenheit auch bewiesen, dass er das eine oder andere Mal auch ungefragt den Mund aufmacht. Und ich weiß wirklich nicht, inwieweit der Mannschaftsrat da eben beschlossen hat, dass eben Marlon unser Kapitän sein wird, um die eine oder andere gelbe Karte einzusparen. Kann ich nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und ja, ich bin da einfach mal sehr gespannt auf eure Gedanken diesbezüglich, denn, ja, seien wir ganz ehrlich, es bringt uns nichts, wenn er einen Foul macht, Geld bekommt und dann einfach mit dem Schiedsrichter spricht und nochmal Geld bekommt und dann eben vom Platz fliegt. Das ist nicht Sinn der Sache. Und da denke ich, dass Ritter eben hier die, ja, bessere Entscheidung als Zimmer ist. Und versteht mich nicht falsch, Zimmer ist genauso leidenschaftlich und hingebungsvoll. Aber wenn wir schon bei diesem Thema sind, können wir auch ganz, ganz kurz und knapp über den Mannschaftsrat sprechen, denn auch dieser wurde neu gewählt und auch hier hat Zimmer seinen Platz verloren. Die Vorgabe des Trainerstabs war eigentlich nur die, dass ein Neuzugang und ein Jüngling, in Anführungszeichen, im Mannschaftsrat vertreten sein soll. Jetzt haben wir einen Mannschaftsrat, der sich eben aus Ritter, Hanslik, Redondo, Beckesser und Raschel zusammensetzt. Ja, also ich denke, dass das wirklich eine gute Wahl soweit ist. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie sich die Entscheidung, dass Zimmer nicht mehr unser Mannschaftskapitän sein wird, auswirken wird. Mein Gott, war das ein komischer Satz. Und dann kam natürlich am vergangenen Samstag das Spiel zwischen dem FCK und TSV 1860 München, welches der FCK ebenfalls mit 2 zu 0 für sich entscheiden konnte. Ebenfalls aus dem Grund, weil es das achte Testspiel war und wir das achte Testspiel gewonnen haben. Ihr wisst, was ich über Tests denke. Es ist natürlich schön, dass wir alle gewonnen haben. Ich freue mich auch sehr, dass wir dieses Blitzturnier für uns entscheiden konnten. Ändert aber nichts daran, dass es eben nur Tests sind und wir trotzdem noch wirklich viel Arbeit vor der Brust haben. Und ich einfach mal sehr gespannt bin, wie wir uns jetzt im ersten Pflichtspiel präsentieren werden. Denn ja, es gab tatsächlich noch das eine oder andere Problem in der Abstimmung. Und da gefällt mir doch noch das eine oder andere wirklich nicht so. Hinten raus spielerisch lösen. Okay, damit kann man arbeiten. Das, und so hat es ja auch, der Betze brennt, wieder ganz große Daumen hoch. Ich blende euch den Artikel hier jetzt einfach mal hoffentlich ein. Und ja, da braucht man halt eben auch das spielerische Können dafür. Ich bin aber echt zuversichtlich. Man sieht, dass da etwas ist, das zusammenwächst, das sich entwickelt und so weiter. Und ich glaube, hätten wir eine etwas längere Vorbereitung, so von zwei, drei Wochen, dann bin ich absolut optimistisch. Jetzt müssen wir das Ganze während des Liga-Betriebs eben durchziehen. Und trotzdem schaffen wir das. Davon bin ich überzeugt. Und ich bin äußerst zuversichtlich, dass jetzt auch das erste Punktspiel gut laufen wird. Denn, wie ja auch im letzten Video erwähnt, die FCK-Fans werden vor Ort sein, um ihre Mannschaft nach vorne zu peitschen. Und einfach geil. Ich bin einfach total gehypt auf die neue Spielzeit und freue mich da einfach sehr drüber. Und ja, eine Sache, genau, die fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Die habe ich jetzt gar nicht auf meinem schlauen Dateizettel, wie auch immer, stehen, über das ich mit euch sprechen wollte. Denn beim vergangenen Testspiel auf dem Betzenberg gab es ja das Trikot zu kaufen. Und auch online war es verfügbar. Binnen kürzester Zeit waren die gängigsten Größen wieder ausverkauft. Ein Thema, das mich immer wieder einfach nur den Kopf schütteln lässt, dass ich irgendwann mal eine Gehirnerschütterung davon bekomme. Denn die Verantwortlichen sehen doch, dass der Bedarf riesengroß ist. Dass der Wunsch danach, dieses Jersey in Händen zu halten, gigantisch ist. Und das kann ich verstehen. Denn dieses Teil ist meines Erachtens nach unendlich geil. Wirklich 10 von 10. Topnotch. Einfach wunderschön. Und also, ich muss da so fair sein, soweit ich sie gesehen habe, und dieses Gesehen ist äußerst relativ bei mir aktuell noch, ist es dennoch das schönste Trikot in der Saison 2024, 2025. Streiten wir uns nicht drüber, Geschmäcker sind verschieden, aber ich glaube, dass wir alle darüber übereinstimmen können, dass es mit das Geilste dieser Spielzeit ist. Und dann gingen wir jetzt leider nicht auf die Reihe, den Bedarf zu decken. Es ist so frustrierend. Und ja, ich weiß, dass ich sehr über den Hauptsponsor NovoLine abgerantet habe. Und meine Meinung bezüglich Werbung auf Jerseys für Glücksspiel hat sich nicht geändert. Aber es sieht halt schon cool auf dem Trikot aus. Also, es fügt sich einfach so richtig schön ein. Und ja, es gefällt mir nicht, das zu sagen. Aber es ist halt einfach so. Und so ehrlich müssen wir dann leider doch sein. Also, wirklich ein echt richtig nices Ding, ne? Wollte ich nur mal erwähnt haben. Und es ist halt einfach schade, dass es ausverkauft ist. Ich bin mir aber sicher, dass sehr, sehr schnell nachgeliefert wird. Denn, nochmal, der Bedarf ist einfach gigantisch. Und es ist halt auch einfach mega cool, dass jedes einzelne Trikot ein Unikat ist. Und kein einziges Trikot aussieht wie das andere. Einfach mega. Also, Top-Entscheidung. Super geiler Ausrüster. Und die Frustration meinerseits aktuell fällt mir gerade jetzt, da fällt mir zu meinem Einfall noch was ein. Ist es nicht irgendwie frustrierend, dass eine Woche, noch nicht mal eine Woche, ist es noch hin, bis zum ersten Auswärtsspiel, die Auswärts-Trikots noch nicht bekannt sind? Ach, seltsam, seltsam. Naja, gut. Ähm, ja, über was wollte ich denn noch? Achso, genau. Und zwar werfen wir mal einen Blick über den Tellerrand und zwar nach Hoffenheim. Denn dort brodelt es ja aktuell ziemlich nach der Entlassung vom Sportgeschäftsführer Alexander Rosen geht's da ziemlich ab. Und, äh, ja. Ja, ich möchte jetzt an dieser Stelle keinem TSG-Fan auf die Füße treten. Aber, ich glaube, die Kritik muss man sich anhören und auch gefallen lassen. Also, ich finde es tatsächlich irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Lasst uns bitte sachlich darüber diskutieren. Aber es ist halt doch irgendwie sehr seltsam, wenn die Fanszene von Hoffenheim, wir sind der Verein, hopp, verpiss dich, 125 Jahre TSG, aufgebaut und zerstört, danke für nichts. Insbesondere das zweite Banner sehe ich sehr, sehr kritisch. Ich verstehe das Ganze zwar, hopp baut Hoffenheim auf, um es dann wieder zu zerstören. Zumindest ist das das, was ich daraus verstehe. Aber sich dann auf 125 Jahre zu berufen, 125 Jahre Geschichte, um dann das aufzubauen und es zu zerstören. Äh, ja, aber ohne Dietmar Hopp wäre Hoffenheim gar nicht da, wo sie jetzt sind. Also, aah. Also, ich weiß nicht, ob solche Banner tatsächlich irgendwie sinngerichtet sind gegenüber einem Verein, der nur ausschließlich und ohne den Hauch eines Zweifels in der Bundesliga spielt, weil Dietmar Hopp damals Kohle reingeballert hat ohne Ende. Ich weiß nicht, verstehe ich da was falsch? Gibt's da irgendetwas, das ich nicht nachvollziehen kann? Also, das ich einfach nicht sehe und das meine ich jetzt, äh, ja, okay, der Joke geht auf mich. Ähm, das, wo ich, wo ich, ich kann es nicht nachvollziehen, was das soll. Das kommt mir irgendwie vor wie so ein pubertierendes Milliardärskind. Da geht der Vater hin, ballert die ganze Zeit Kohle rein, Kohle, 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 das Kind nimmt, nimmt, nimmt und dann mit 16, 17, Ach, verdammt, verpiss dich, ich weiß alles besser, los, hau ab, blau aus, hau ab, ich hab mich zu dem gemacht, der ich bin, sprach der junge Mann mit den Goldringen an den Fingern, dem Brillis um den Hals und den Designerklamotten an, die er ganz sicher selbst bezahlt hat. Also, ähm, grundlegend verstehe ich die Problematik natürlich sehr, nur ich empfinde, die Kritik ist irgendwie fehlerhaft angebracht. Hier haben wir einen Club, der eben aus dem Nichts durch Hopp dahin gekommen ist, wo er jetzt steht und jetzt wehrt er sich mit aller Gewalt und mit allem, was er hat, gegen Hopp. Ich weiß, dass, äh, Hopp jetzt ja das Ganze zurückgegeben hat, äh, mit Ende, beziehungsweise Ablauf letzten Jahres und damit die 50-plus-1-Regel ja gilt und jetzt ist das wieder gewesen, also mischt er sich doch ein, ja, das verstehe ich alles, wirklich. Aber, ähm, man kann doch nicht erwarten, dass man durch einen Geldgeber, einen Konzern oder sonst irgendetwas zu dem wird, was man ist und dann demjenigen sagen, der einen zu dem gemacht hat, was man ist ja, ich brauch dich nicht mehr. Und genau das ist es, warum derartige Clubs riesengroße Probleme haben, da es eben kein Verein ist, der gewachsen ist über Jahre, Jahrzehnte durch unzählige Menschen aufopferungsvolle Arbeit und Hingabe. Und das ist der Riesenunterschied von Konstrukten wie eben der TSG, Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen und Traditionsclubs. Und das müssen eben auch die Fans sehen und verstehen. Und nochmal, ich verstehe, dass Dietmar Hopp seine Anteile an die TSG zurückgegeben hat und deswegen jetzt auch wieder die 50-plus-1-Regel gilt, um diese Entscheidung, dass eben der Sportgeschäftsführer entlassen wurde, von ganz oben kam und dass jetzt eben Gesellschafter sind und so weiter. Also, dass dann die 50-plus-1-Regel eben doch wieder umgangen wird. Ich verstehe das alles. Ich möchte jetzt nochmal diesen Vergleich ranziehen mit dem Milliardärskind. Das zieht dann in ein eigenes Haus und wird immer noch, immer wieder so schön subventioniert von Daddy und so weiter. Und dann wird das Ganze zwar selbstständiger, versteht mich da nicht falsch, ne? Aber dass man dann erwartet, dass der Vater trotzdem keinen Ton dazu sagen will, das finde ich halt irgendwie total strange. Also, ich weiß nicht, ich komme da irgendwie gerade gedanklich nicht drauf klar, sorry dafür. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das funktioniert halt einfach leider nicht so einfach, ne? Ich weiß, dass ich mich mit diesen Kommentaren jetzt wieder unbeliebt gemacht und in die Nesseln gesetzt habe, aber hey, das ist meine ehrliche Meinung. Also, was anderes bekommt ihr hier halt auch einfach nicht zu hören. Gut, ich glaube, das war es dann aber auch schon wieder. Mehr habe ich nicht. Dann wie immer meine Fragen an euch, die ich gerne beantwortet hätte. Was sagt ihr dazu, dass Jan jetzt die Reihen des FCK verstärkt? Marlon Ritter ist neuer Mannschaftskapitän. Gute oder schlechte Entscheidung? Zimmer nicht mehr im Mannschaftsrat und nicht mehr Kapitän. Gute Entscheidung? Weil ihr denkt, ja, jetzt ist der Druck von ihm weg. Oder glaubt ihr, oh Gott, ne, jetzt, jetzt, jetzt geht's rund. Was sagt ihr dazu, dass die Trikots so unendlich geil sind? Denn fertig, da gibt's kein, kein, das ist nicht geil, das Trikot. Und was meint ihr zu dieser Hoffenheim-Problematik? Glaubt ihr auch, dass Vereine wie Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg und Leverkusen eigentlich gar nicht in die Bundesliga gehören? Oder denkt ihr, ja, die haben ihre Daseinsberechtigung? Und denkt ihr insbesondere, dass die Kritik der Fanszene aus Hoffenheim gerechtfertigt ist? Oder sagt ihr, alter, halt doch mal den Ball flach. Ihr seid da, nur weil Hopp es wollte. Da bin ich jetzt mal gespannt auf eure Gedanken. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag, eine herrliche Restwoche. Passt bitte auf euch auf, bleibt vor allen Dingen gesund. Und ich würde sagen, wir sehen uns am kommenden Sonntag auf der Couch. Ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Mal. Hier sind ja die Vücke. Wir sehen uns am Ende. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns am nächsten Mal. Wir sehen uns am nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.